Ja, den ersten Boss ausgelassen. Äh, den zweiten. Den ersten haben wir ja gemacht. Der perfekte Test für Eure Wildigkeit. Mhm. Hm. Weiß ja nicht, wohin. Kann gut sein. Hm. Hm. Oh, ja. Okay. Sonst aber nicht. Ja. Das erste Mal hier ist, ne? Danke. Gut. So, gehört sich das. Hm. Aber es kann nicht sein, dass er hier das erste Mal sitzt. Hat er jetzt gesagt, ne? Nee. Nee, hat er nicht. So. Aber direkt wusste, wo er hin muss, ne? Hm. Das ist zu weit entfernt. Wolltieren! Wolltieren! Das geht hier. Der könnte gar nicht gut. Hier, siehste. Da will er nicht ran. Wieso lässt er den da stehen? Versteht ich nicht. Der will gleich zum End-Boss. Ach so. Das ist ja mal scheiße. Was ist mit der... So macht man dann diese... nie. Jetzt holt er alle Wölfe? Aha. Was macht der Typ hier? Ich weich nicht. Ich glaube er weiß das selber nicht. Das ist zu weit entfernt. Ich möchte erst etwas von Ihnen machen. Ich habe ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Dafür sind wir jetzt hier hin? Ich weiß es doch nicht. Oh Gott. Cool. Ich find's cool. Das ist nachher cool. Ja, weil... nicht so wie die anderen... Immer gleich mit Logik so, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Du und deine Logik, ey. Ich geh weg. Oder auch nicht. Ach, darf ich jetzt gar nicht mitspielen? Hm? Wieso? Ja, weil... ich soll... weg von euch. Und ich kann dich auch mal... So jetzt. ... ... ... ... ... Äh... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh fuck, jetzt hab ich was gepullt. Jetzt hab ich gepullt. Macht ja nix aus, der alte Programmer hier, ne? Mh. Danke. Hast du wohlgekommen. Achso, du brauchst deinen Mord doch. Zwerg nicht kündigt die Pistole die Bedeutung den Göttingen Nr S ich müsste dafür täglich Ja, das ist ein Ding. Deswegen habe ich ein Ding, aber nicht. Ach, ne, okay Der nächste bitte, der nächste bitte Wie viel brauchst du noch? Ich bin bei 600 Ja Ihr stirbt schon wieder Internet oder so Wie viel brauchst du noch? Ich hab 659 von 711 Ich hab die Zahlen, nicht im Prozent Redest du mit mir? Ich hab alles so schön abgehackt Bleib, 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 bleib Ihr habt nichts verstanden, was du gesagt hast Ich hab das in beiden Ach so, ich nicht Oh, ne Ach so, der ist einfach nur in eine andere Richtung gegangen, posttechnisch Gehst du? Für dich Oh, wenn man bedenkt, wie viele Bosse das noch sind Also Als eine meiner erwähnten Warchi Und Ihr Name soll ewig mit durch diese göge in der Mora scheinen Oof! das ist ich werde in dieser Hallen selbst von ihrer Macht nicht angreifen das Ritual ist nicht beendet nehmt euch der Einbringlinger an die Euter also oh ich muss zuerst etwas anbieten ihr entweigt dieses Ritual mit eurer Anwesenheit Sterbliche die Euter die Euter Das kann ich nicht angreifen Du wund Was unterbrechen? Sein Leben Keine Ahnung Wer hier castet Das muss man mal unterbrechen Der andere, oder wie? Hier könnte ich jetzt nichts unterbrechen Ich werde nichts versagen, ey, hier! Ich höre gar nichts Den geilen Arsch, oder? Hm Richtig dicke Häuter Hier bitte Ja, ist ja nun mal so, es sind Offensichtlichkeiten Mh hm Uuuhh! Ich erwarte euch, in der Halle... Alter... Ich hab' die Knochen hier gleich... Mit Popovett-Grad... Interessant! Echt, wird der Platt, ja? Ja, vom Sitzen Das sind Vanko-Rötern dann, ja? Mhm... Pancake-Bot... Wie sieht das cool aus? Mit der Plattapropo? Wenn? Mit dem Strahl da... Was machen die? Ich steh... Das ist zu weit entfernt... Das ist zu weit entfernt! Das ist zu weit entfernt... Das ist zu weit entfernt... nicht selber irgendwie ich häng Wo hängst du? Ja bera Piu 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 Boah, jetzt müssen wir erst die noch, dann den Gottkönig und dann noch Odin Mhm Ich hab ja schon eigentlich 100% Weißt du, bist du schneller da als ich? Wieso auch immer Sonst warst du schneller Na, das wird zwischendurch mal schneller, ne? Hm Ah, ja, nein, ich hab irgendwie da gehören Mr. Hesnes ich hab mir Tor anderswo gesteckt das ist ja nicht der Effektor das ist nicht der Tor Quatsch der Tor ist ja richtig schön schön hahnhue mal RANWLF das ist ein Name das ist ein Name das ist ein Name die Durchfall ich bin unterteilt ja geht es jetzt ich brauche noch ein bisschen ne Tja 110 so heute schon wer hätte gedacht ne mhm auch ich habe mich bewiesen Odin ich bin Gott König Kobalt kackängstig oh was hab ich he 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 die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht Kobalt wie sie recht ist Schusselina jetzt siehs ja was für Name wenn sie die Aegis nicht aus freien Stücken übergeben dann soll ihr tot mir diesen Dienst erweisen gebt die Aegis auf oder sterben geht das schon gut geht so geht so schön 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 hier der hat den umgetreten kad ja ja Welche Forschung gab Hä, was ist das denn? Mein Gott, das ist von der Ordenshalle Also von... Ich hab das auch gerade bekommen Was ist das denn? Trinkt sogar Kein Schütz, kein Kein Fertig nicht, du Hund Du Hund Kommut hin Ich muss erst die Indie abschliessen, ne? Offensichtlich. Höchst beeindruckend. Ich hielt die Kräfte der Valadja stets für unerreicht. Und dennoch steht ihr hier vor mir. Der letzte Rufung erwartet euch noch. Ich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen in diese heiligen Hallen baseln. Und euch eine würdige Belohnung gebären. Kommt, alle erlauben nicht hier. Oh, den. Ne, die muss mal einer ansprechen hier. Welche Siege habt ihr mir zu verkünden? Seit Äonen hatte ich keinen würdigen Gegner. Lass den Kampf beginnen! Weg, 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 weg! Oh, das war nicht so clever von mir. Oh, 우uki... Mhm.. Ich hab vergessen, dass wir das Spring bitte sehen nicht mehr jako bringt, sondern nur bleib. Das scheiß Dämonenjäger Break мат erscheinen Achso, ja, scheiße, N, wo ist meine N? Da Alter, ist doch meine Rune, du Motherfucker Oh, 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 oh Boouuuuum Ja, Gehtsett Oh, endlich 110, Kane ist tot Wie hat's ich denn gesagt? Guck mal, wie keiner Gehtsett sagt zu mir, ne? Ihr seid doch alles Scheißhaufen, ey, echt Oh, was nicht alles bekommen, Blut von Sageraz Mit so'n Helm hier Cool Ahhhh Ein Symbol des Triumphs, also, Artefakt mal Öffnet die Tür und das ist Ahhhh Schön Genau zum Schluss Ja, ne? Ahhhh Alter Ich hab mich mal ausgedehnte Typ, der wartet irgendwie auf irgendwas Ohhhh Aber wer hat's gedacht, ey, dass wir nochmal 110 werden Ahhhh Weil ich dachte, ich werd mit meinem anderen Jäger zuerst 110, ne? Ahhhh Alter, Fick, Alter, ey Scheiße, was ist denn hier los? Ich haut mich Ich hab die Fotze So, äh, Talentpunkte, was hast du da vergeben? Ich hab noch gar nichts vergeben Ja, Chaoskling, Teufelsbeschützungen Mh 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 Wer hört für 12 Sekunden je nicht, wie gesagt, mit Schaden um 20% Bei mir um 18, hä? Vorwitzbeschuss, eh Höllenmächtige, die orientiert sind wie die Gegner, ne? Mh Dämonisch Augenstrahl verwandelt euch für 5 Sekunden in Dämonengestalt zu ziehen Ich glaub ich nehm die Chaoskling Ich glaub ich auch Habe ich genommen Habe ich genommen Mh Es sind Ehrentalente schon gut bei Ja, weiß ich gar nicht mehr Medaillon ist gladiator Ihr seid denn an dem Kampf verwickelt, Fick dich du Bitch Er setzt meisterhaftes Medaillon Okay, raufklicken Was ist das denn hier doch krampig? Ja, hab ich genommen Jetzt, muss ich mir noch schnell in die Gassen Ehrentalente sind verfügbar Ja, hab ich grad schon reingeguckt Geil Wer ist denn hier quasi nicht grad Talent hat da? Oh Fuck je Chaoskling Ja, ich geh jetzt auch nach Dalaran, werd mal ein bisschen Berufe gucken und mal sehen was noch für Quester sind und 110, oh Vereinigung der Inseln Geil Geil, 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 Geil Dann ist das nächste wohl mal morgen gucken nach diesen 110er Köster, ne? So, komm lass mal abrunden hier, bevor die noch ins Ziel doop kommen, ne? Ja Bevor Ja Warte 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 Ich bin jetzt über 110 und wir sind ein krasser Ficker Guck 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 Guck